Hi Freunde, herzlich willkommen, vielen, vielen Dank fürs wieder einschalten zur nächsten Folge. Was wurde aus, ja Matthias, was wurde aus zentralen Mittelfeldspielern aus dem Jahr 2016? Hi, was für eine Einleitung. Ja, defensive Mittelfeldspieler hatten wir zuletzt, auch jetzt gehen wir eine Reihe weiter vor, auf die 8, haben ein paar zentrale Mittelfeldspieler für euch. Und ja, es gibt wieder einige, die wir jetzt nicht unbedingt erwähnen werden, weil ich glaube 99% der Fußballfans sie kennen, oder vielleicht sogar mehr. Dementsprechend werden wir vielleicht auch auf ein paar unbekanntere Namen schauen. Ja, was würdest du sagen, Matthias? Ich sage, wir verzichten gleich mal auf den, der ganz oben steht auf der Liste. Leon Goretzka in dem Fall. Den brauchen wir nicht unbedingt zeigen, den kennt jeder. Genau. Das heißt, willst du mit Heuberg weitermachen? Ja. Fast. Damals bei Bayern. Alter Schwede, ich kann nicht schreiben. Das wird immer schlimmer. Interessanterweise hängen bei uns immer wieder die Aufnahmen, nur für euch zum Wissen, wenn wir Spieler anschauen und laden. Dementsprechend kann es sein, dass man den Matthias zwischendurch abgehackt hört. Er hört auch mich abgehackt, weil er jetzt bei meinem Bildschirm mitschaut. Ja, Pierre-Emile Heuberg, Matthias, leg los. Der hat sich mehr ausgerechnet aus seiner Bayern-Zeit, glaube ich. Absolut. Schauen wir mal, wie viel haben sie gezahlt damals. Er ging ablösefrei zu den Bayern sogar, das wusste ich gar nicht. Okay, über Brent B. Ja, er hat halt viel, ich glaube sogar noch U19 gespielt und zweite Mannschaft. Dann kamen diese Laie oder zwei Laien zu Augsburg und Schalke. Bei Schalke hat er sich ja dann schon bewiesen. Weshalb dann auch der Wechsel in die Premier League folgte. Genau, und 15 Millionen sind ja doch eine ordentliche Summe. Ich meine, die Bayern haben schon gut verdient dann an ihm. Ja, ich denke mal auch. Die werden ihm jetzt nicht nachtrauern, auch wenn seine Werte jetzt mittlerweile schon sehr, sehr gut sind. Und er sich anscheinend in der Premier League dann gut gemacht hat bei Southampton. Ja, ich glaube, es sind auch Stammspieler bei Southampton. Also, wir sehen, ja jetzt zumindest letzte Saison waren dann 31 Einsätze davor, 23 und 22. Für einen sehr jungen Spieler auf jeden Fall ordentlich. 27 Länderspiele auch schon mit 23 Jahren. Nicht so schlecht. Magst du noch was dazu sagen oder schauen wir weiter? Schauen wir weiter, ist ein guter. Ja, passt. Dann haben wir einen Juri Thielemans. Ligakollege. Den habe ich schon so genial gefunden. Das waren noch EA-Manager-Zeiten bei Anderlecht. Und wir sehen halt auch, wie geil der sich eigentlich bei Anderlecht dann entwickelt hat. Ich meine, als zentraler Mittelfeldspieler 37 Einsätze, 13 Tore. Und dann kam der Wechsel nach Monaco. Auch ein guter Zwischenschritt, oder? Weil ich könnte mir durchaus vorstellen, dass in der damaligen Zeit größere Klubs noch dran gewesen waren. Ja, wobei ich diesen Schritt nach Monaco, ja, ich weiß nicht, ob das der richtige Klub war, finde ich. Also das war ja diese Zeit, als Monaco wirklich Geld verpulvert hat à la PSG. Ja. Ich weiß nicht, also mir wäre es lieber gewesen, er wäre zu einem anderen französischen Klub gegangen. Marseille-Lyon, sowas meinst du? Ja, wäre mir vielleicht lieber gewesen. Aber gut, für ihn hat es ja geklappt, er ist jetzt am Ende in der Premier League gelandet. Und das mit 22 Jahren, das ist schon beeindruckend. Ja, es ist ja so krass, der hat damals bei Anderlecht ja mit, ich war der 16 oder so, war der ja schon Stammspieler. War dann, glaube ich, auch der jüngste Kapitän von Anderlecht oder so? Ja, wenn man es so anschaut, der hatte vor der Saison, wenn da überhaupt alle Spiele drin sind, 200 Profispiele. In 22 Jahren ist das schon brutal. Nicht schlecht. Wie viele Profispiele hattest du mit 22? Gleich viele wie mit 31. Sehr gut. Ja, von Werten absolutes Monster. Absolut. Holt euch den. Ja, wirklich. Also, vor allem in dem Alter, kannst du nichts falsch machen. Der Marktwert ist vielleicht ein bisschen hapfig, ja. Dirk Ate, der mittlerweile bei Parma aktiv ist. Kennst du den? Ich finde ihn nicht. Aber kennst du den? Nein. Gut. Geliehen von Parma. Da haben wir ihn. Da haben wir ihn. Da haben wir mal einen gescheiterten. Also, tut mir jetzt natürlich leid für ihn. Aber ich freue mich, dass wir auch sowas herzeigen können. Der wurde damals anscheinend ziemlich gehypt. Also, war zumindest bei den hervorgehobenen Talenten auf der Liste dabei. Wir sehen, dass er direkt anscheinend, oder zumindest lange in der Fiorentina-Jugend war, dann zu Parma gegangen ist. Da fehlen eigentlich jegliche Statistiken. Deswegen kann man nicht viel über ihn sagen. Jetzt wurde er halt zu Sporting Lokarin verliehen. Ist erst 20. Das wundert mich fast, ja. Der ist erst 20. Der war damals schon auf der Liste. Der war damals ja... 16, genau. Das ist Wahnsinn. Deswegen darf man, glaube ich, ihn noch nicht ganz abschreiben, weil er eben erst 20 ist. Also, vielleicht... Ja. Weiß nicht. Ich glaube nicht, dass der noch ein ganz, ganz großer Spieler wird, aber... Es ist jetzt sehr unfair, ihm gegenüber, ihn direkt nach Thielemans zu zeigen. Schon irgendwie. Der mit 22 200 Profispiele gemacht hat. Das wäre fast für jeden unfair, muss man ganz ehrlich sagen, ja. Ist jetzt für ihn, da kommt er schlecht weg. Ja, das stimmt. Ja. Schauen wir einfach weiter. Renato Sanchez könnte man kurz herzeigen. Da hast du sicherlich was zu sagen, oder? Ja, wir haben ihn. 21 Jahre alt, mittlerweile bei Lille-Untervertrag. Hm. Hm. Hm, der Golden Boy. Der Golden Boy, ja. Hau raus, Matthias. Na. Nein, was soll ich sagen? Es ist so ein bisschen... Er tut mir ja so ein bisschen leid. Und dann schwingt aber so... Ich kann diese Häme für den FC Bayern nicht unterdrücken. Ja. Ich verstehe es. Es ist... Es ist halt wieder so ein Beispiel für einen Transfer, wo man sich sagt, naja, vielleicht wäre dieser Zwischenschritt, über den wir in den letzten Parts immer wieder gesprochen haben, besser sinnvoller gewesen. So wie es jetzt mit Lille ist zum Beispiel. Vielleicht wäre es sinnvoll gewesen, diesen Schritt zu machen, bevor man zu den Bayern geht. Ja, wobei man aber sagen muss, er war natürlich bei Benfica. Ja, stimmt schon. Da gehen andere auch schon den Schritt zu einem Top-Klub. Ja, wie alt war er, als er zu den Bayern gegangen ist? Es war schon 2016. Naja. Das heißt, da war er dann... 18, glaube ich. Ja. Circa. Also je nachdem, wann er Geburtstag hat, ja. Ja, das hat nicht funktioniert bei den Bayern. Das hat hinten und vorne nicht funktioniert. Dann kam diese komische Laie nach England, wo ich mir auch gedacht habe, was sich an die Bayern dabei gedacht haben. Also warum verleihen sie den nach England? Ja, also da wäre dieser Schritt zurück vielleicht, eine Rücklaie zu Benfica oder keine Ahnung. Kleinerer Club in Deutschland, weiß nicht. Genau, oder verleihen auch zu Augsburg oder so. Keine Ahnung. Ja. Aber das ist ja dann auch schief gegangen. Er schafft es nicht in der Bundesliga. Verleihen wir ihn in die Premier League. Ja, vielleicht wollte er auch in die Premier League. Kann ja sein. Ja, stimmt eh. Vielleicht hat es ja mit ihm zu tun, dass er sagt, er geht nicht zu einem Klub wie Augsburg. Ich nehme an, ja, dass der sicherlich mehr als genug Angebote hatte, als die Bayern vielleicht damals signalisiert haben, dass sie ihn verleihen würden. Zwölf Einsätze. Ja, am Ende kamen die Bayern halt irgendwie eigentlich noch gut weg mit diesen 20 Millionen, die Lille gezahlt hat. Mhm. Das ist ein bisschen schade. Schon, ja. Aber eben auch da, 21 Jahre erst, also da kann schon noch einiges kommen, muss man ganz ehrlich sagen. Ich meine, bei Lille ist er ja okay. Ja. Oder mehr als okay oder gut. Keine Ahnung. Das ist das, was ich so mitbekomme. Also, er spielt da auf jeden Fall und ja, es ist ein richtiger Schritt zurück. Bis 21 kann durch. Apropos richtiger Schritt zurück. Ich starte. Gitz. Jose Mauri. Hattest du den beim Milan-Let's Play? Das müsste die Zeit gewesen sein, oder? Als wir gespielt haben. 2015 bis 2019. Ja, da war er verliehen. 2016, 2017. Hm, aber ich erinnere mich. Ja, jetzt ist er 23 und. Zuhause, wollte ich gerade sagen, zurück. Er ist zuhause. Jeder von uns ist zuhause im Moment. Er ist, ja, wieder zurück in die Heimat gewechselt, auch ablösefrei. Also, wir sehen bei Milan. Also, Parma hat ihn für 100.000 aus Argentinien geholt. Da hat er das letzte Jahr dann 33 Spiele gemacht. Dann ging er ablösefrei, wahrscheinlich Vertrag eben ausgelaufen, zu Milan. Und da war der Schritt wohl zu groß. Auch die Laie zu Empoli, auch Serie A, nur 14 Einsätze, hat anscheinend auch nicht gepasst. Und dann war er noch zwei Jahre bei Milan, wo er quasi gar nicht gespielt hat, sechs Einsätze in zwei Jahren. Eigentlich schade. Also, ich finde so eine mentalen Werte ziemlich stark. Körperlich, ja, er ist nicht der Größte, deswegen auch nicht der Stärkste. Technisch ist er solide, aber mental gefällt er mir eigentlich sehr, sehr gut. Hm. Was sagst du zu ihm? Den kann man nochmal holen, auch wenn er nur 1,69 ist. Ja. Aber, ist halt dann, ja, so. Er muss liefern. Ja, er ist schon kreativ. Er ist schon kreativ, finde ich. Passen, 13 ist in Ordnung. Ja. Übersicht 12, naja. Ja. Aber gerade diese mentalen Fähigkeiten machen, glaube ich, schon einiges. Ja, aber einen Top-Club wird es nicht mehr. Ja. Apropos Top-Club. Weißt du jetzt, was kommt? Nabil Bentaleb. Geliehen von Schalke. Mittlerweile Newcastle. Schöne Überleitung aber, oder? Wollte gerade sagen, war die Überleitung jetzt mit Top-Club? Ja, das war Top-Club und Schalke. Nicht Newcastle. Sehr gut. Eigentlich interessant, dass der 2-11, 2-12, aus irgendeinem Klub von Frankreich zu Tottenham gewechselt ist. Wobei Tottenham immerhin sogar dieses Jahr sogar 26 Einsatz der 2-14, 2-15. Dann die Laie zu Schalke, dann nach der Laie fix verpflichtet. Was kannst du zu ihm sagen? Hast du ihn bei Schalke ein bisschen genauer gesehen? Ich habe ihn gesehen. Genauer weiß ich nicht, aber ich hatte immer den Eindruck, ich verwechsel ihn immer mit ihm, er und irgendeinem anderen von Schalke. Kannst du das nicht sagen? Nee, aber er war immer der Gute von den beiden. Er war der Gute. Ist der andere noch bei Schalke? Weiß ich jetzt gar nicht, aber ist egal. Er war auf jeden Fall immer der Gute. Er war der Gute, das ist das Wichtigste, ja? Genau. Er war der Gute und... Das ist so geil. Vielleicht wisst ihr, wer der Schlechte war, dann könnt ihr das mal in die Kommentare schreiben. Keine Ahnung, er ist ja geprescht, wer es war. Ja. Fähigkeiten super. Ja, er ist ein bisschen... Ja, ich weiß nicht, unkonstant möchte ich nicht sagen, aber... Ja, ein bisschen so... Dieses gewisse Etwas fehlt. Ich meine, Schalke hat ja generell die letzten Jahre nicht so geglänzt, oder? Deswegen ist es vielleicht auch generell ein bisschen schwierig zu sagen, wenn der Klub jetzt selbst nicht so gut drauf ist. Du meinst, dass Schalke insgesamt unkonstant ist? Ja. Und deswegen auch alle Spieler unkonstant sind. Es ist halt schwierig bei einem Klub, der eigentlich den Anspruch hat, vielleicht sogar Champions-League-Klub zu sein, oder zumindest international. Nein, mir gefällt deine Erklärung viel besser. Alle Spiele von einem unkonstanten Klub sind unkonstant. Passt, dann lassen wir es einfach. Das finde ich gut. Auf der Liste haben wir noch einige, die jetzt vielleicht nicht unbedingt so interessant zum Herzeigen sind. Also wir haben zum Beispiel den... Ja, Brian Christante, mittlerweile bei der Roma. Ward Browse muss man, glaube ich, nicht unbedingt herzeigen. Der war damals besser auf Hemden, ist jetzt wieder besser auf Hemden, hat sich ganz gut gemacht. Wen würdest du als nächstes herzeigen wollen? Und will use. Will use. Das ist auch so ein FIFA-Talent. Da bin ich zum ersten Mal auf ihn aufmerksam geworden. Mittlerweile Schlüsselspieler bei Watford. Wieder mal meine Ansprache zu englischen Spielern. Die Marktwerte sind irre. Weil wenn man sich den anschaut, finde ich, hat er keinen Marktwert von 21 Millionen. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall mental sehr, sehr stark. Technisch solide. Körperlich sind schon Defizite da, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Ich muss sagen, ich mag den. Ich finde, er hat einen richtigen Schritt gemacht mit diesem Wechsel zu Watford. Ja. Ist jetzt Premier League. Auf dem Settel in der Premier League, finde ich. Ja. Und ich trage ihm auch zu, dass er noch mal wechselt zu einem etwas besseren Klub als Watford. Nicht Top-Klub, aber... Zur Mittelfeld. Oberes Mittelfeld. Ja, durchaus. Also wir sehen, für 5 Millionen ist er gewechselt. Er hat dann das erste Jahr ein bisschen gespielt. Das zweite Jahr dann schon 32 Einsätze. Das heißt, er hat sich jetzt eigentlich dort mal ganz gut etabliert. Wird halt auch davon abhängen, wie Watford funktioniert, glaube ich. Also je nachdem, wie gut sich Watford die nächsten Jahre in der Liga halten kann. Ja, außer er verlässt dann das Hinklinde Schiff, falls es nicht mehr klappen würde. Aber okay. Wen hätten wir da noch? Ein klassisches Chelsea-Talent. Mario Pasalic. Der mittlerweile bei Atalanta Bergamo dorthin verliehen ist. Also das ist so klassisch einer von der Lone Army des FC Chelsea. Wir sehen, der wurde für 3 Millionen von Hydro Split gekauft. Verliehen nach Spanien, wo er 31 Einsätze gemacht hat. Verliehen an Monaco. Verliehen an Milan. Verliehen an Spartak Moskau. Verliehen an Atalanta Bergamo. Hat noch zwei Jahre Vertrag. Ich finde, ja, er gehört zu dieser Lone Army. Aber ich finde, er ist ein bisschen was Besonderes. Weil er ist an so Top-Clubs verliehen. Stimmt, ja. Nicht so ein Wechsel, keine Ahnung, zu Vitesse oder so. Ja, genau. Er ist an so nationale, also Top-Clubs. Er spielt dann auch immer international. Absolut, ja, interessanterweise. Also gerade Bergamo, die ja zuletzt auch sehr, sehr genial gespielt haben international. Ich weiß nicht, wie er da zu den Leistungstrauern gehört hat. Kann ich jetzt nicht sagen. Ich meine, der Russland-Top-Club, Italien-Milan selbst bezeichnet sich auch als Top-Club. Ja, muss man jetzt so sagen. Nur sie selbst, ja. Aber, ja, das finde ich ganz interessant, dass der dann dort auch eigentlich immer eigentlich abliefert. Also so allgemaßen. Ich glaube, dass das auch der Grund ist, weshalb Chelsea ihn noch immer nicht verkauft hat zumindest. Genau, das ist vielleicht für ihn so ein bisschen Fluch und Segen. Ja. Er spielt bei seinen Leihstationen immer zu gut, um ihn zu verkaufen. Das stimmt. Das stimmt. Das ist eigentlich schade für ihn. Ja, also so einer fix bei Bergamo. Dann bist du halt ein Klub, der vielleicht regelmäßig international spielt oder so. Eventuell dann Top-Club in Italien. Ich glaube, alle Leihvereine würden sich freuen, wenn er fest bei ihnen wäre. Außer vielleicht Milan, bei denen weiß man nie. Ja, der ist zu gut. Den wollen wir nicht. Ja, das kann sein. Wir holen Zlatan zurück. Ja, kann man, denke ich, genauso stehen lassen. Willst du über Öztunali sprechen? Ich kann da nicht viel dazu sagen, aber musst du sagen. So. Da haben wir ihn. Ja, ich meine, so viel sagen kann ich zu ihm jetzt auch nicht. Der greift als großes Talent bei Leverkusen damals. Mhm. Ist ja irgendwie, irgendwie ist er mit Uwe Seeler verwandt, glaube ich. Wenn ich mich nicht täusche. Echt? Okay. Ich glaube schon. Kann man das nachschauen? Wenn du mal Übersicht und Infos machst oder so? Ja, ist nichts drin. Vielleicht täusche ich mich auch. Vielleicht war das wieder anders. Uwe Seeler ist die Schwester. Ja, der ist, ja, man kann nicht sagen, er hat es nicht gepackt, aber er hat es... Er ist ein solider Bundesligaspieler, sagen wir so, oder? Genau, er hat es zum Bundesligaspieler gepackt. Ja. Kann man sich nicht beschweren. Er ist der Enkel von Uwe Seeler, ich hatte recht. Der Enkel von Uwe Seeler, sehr cool. Genau. Und er hat eine Fritz-Walter-Medaille in Silber gewonnen 2014. Er ist halt ein bisschen offensiv, er ist offensiver jetzt. Ich würde den auch eher fast so als offensiven Mittelfeldspieler oder sogar hängende Spitze kann man ihn auch einsetzen, finde ich. Passt auch ganz gut irgendwie zu den Fähigkeiten, weil Flanken ist er jetzt eh nicht so der Beste. Genau, inzwischen spielt er eh schon am Flügel auf der Liste von 2016, war er ja noch als zentraler Mittelfeldspieler geführt. Genau. Ja. Genau. Der, der es vielleicht wirklich am besten gepackt hat mit Goretzka in der Liste, ist wohl Saul von Atletico, oder? Kann man das so sagen? Saul? Ja. Also wir sehen hier, ja, er hat es zur Weltklasse geschafft. Da bin ich halt auf jeden Fall gespannt. Das ist wie bei vielen anderen Atletico-Spielern, die wir in den letzten Parts so hatten, wahrscheinlich so ein bisschen der, kann man sagen, Simeone-Effekt, dass solche Spieler noch da sind. Wahrscheinlich. Also, weil da war das Interesse, glaube ich. Also ich glaube, Manchester United, da war in jeder Transferphase dieses Gerücht, dass er dorthin wechseln könnte. Ja, gigantische Werte, der hat absolutes Zeug, ist aber eh schon bei einem Top-Klub, also. Wobei Manchester United in jeder Transferphase an jedem Spieler dran ist. Absolut, das stimmt auch wieder. Saul ist ein Top-Spieler. Ja. Ich kann mich noch erinnern an dieses Tor gegen Bayern. Ja? Wo sie ihn nicht gefoult haben und ich dann diesen Spruch gebracht habe, oder einen Facebook-Post gemacht habe mit Better-Foul-Saul. Uh. Boah, der ist echt gut. Also für diejenigen, die es nicht checken, Wiese erklärt man eigentlich nicht, aber Better-Foul-Saul, ziemlich coole Serie. Sehr cooles Wortspiel. Bin stolz auf dich. Der nächste Spieler ist interessant. Der nächste hervorgehobene, meinst du? Ja. Daily Sinkraben. Ja, was sagt man dazu? Ich habe ihn zum HSV geholt. Du hast ihn zum HSV geholt? Und das war so ein klassischer, wie wir es im letzten Part genannt haben, HSV-Transfer. Also bei mir hat der halt, ich habe ihn ablösefrei nach Vertragsende geholt. Bei mir hat er überhaupt nicht funktioniert. Aber wir sehen, ganz gute Fähigkeiten. Und du als Ajax-Experte kannst wahrscheinlich mehr dazu sagen. Der hat das immer schwer bei Ajax. Ja. Sowohl in der Realität als auch bei mir in den Saves immer. Weil er einfach in einer Position war, oder er kann ja eigentlich viele Positionen, er kann Mittelfeld spielen, er kann Außenverteidiger spielen. Aber diese Positionen waren alle überbesetzt. Und er war immer der, der nicht ganz so talentiert war wie die anderen Top-Talente. Der ist auch talentiert. Das ist immer, das ist ganz schwierig. Mich hat es eigentlich gefreut, als der dann nach Leverkusen ging. Allerdings hat er da natürlich auch das Problem, Mittelfeld ist Leverkusen auch top besetzt und links haben sie Wendell. Also da, sagen wir mal so, die Konkurrenz wurde von Ajax zu Leverkusen jetzt nicht unbedingt schwächer, gell? Ja, nicht unbedingt schwächer, aber das ist so ein, das ist ein guter Backup. Aber ich finde es so und so interessant, wieso wird so einer als Außenverteidiger geführt? Ich meine, der ist nicht schnell, der ist defensiv nicht gut, er kann nicht flanken. Das ist, also so wie es jetzt ist mit zentralem Mittelfeldspiel, finde ich es perfekt. Ja, ich finde, ich sehe ihn auch eher im Mittelfeld. Also, ich sehe ihn auch eher im Mittelfeld. Gerade auch die super mentalen Fähigkeiten, da ist es dann vielleicht nicht ganz so tragisch, wenn du physisch nicht top bist. Also, ja, ich bin gespannt. Ich sehe ihn vielleicht auch eher als Stammspieler bei einem Mittelfeldklub und nicht unbedingt bei Leverkusen. Da muss es sich schon noch ein bisschen... Ja, also, ich kann mir da auch vorstellen, ehrlich gesagt, kleine Zukunftsprognose, dass der jetzt vielleicht an kleinere Klubs verliehen wird und dann wahrscheinlich dort auch wirklich landen wird. Wäre meine Vermutung. Ja, so zum HSV und dann aufsteigen im HSV oder so. Ja, genau. Wen haben wir noch drauf? Interessanterweise Lucas Torreira, der damals noch bei Samtoria Genua war, den können wir nur kurz erwähnen, ist jetzt ja bei Arsenal einer meiner absoluten Lieblingsspieler gewesen in dem Let's Play. Mag ich auch in echt extrem gern. Auch drauf war übrigens ein Donny van de Beek. Ah, ja, den kann man kurz trotzdem herz sein, glaube ich. Ja, da haben wir ihn. Also wir sehen, dass sich der auf jeden Fall sensationell entwickelt hat. Der galt 2016 gar nicht so als das Riesentalent, also war zumindest noch nicht hervorgehoben auf dieser Liste. Jetzt mittlerweile auf jeden Fall so, dass er quer, also quer durch Europa gejagt wird, nicht, sondern quer von Europa oder Europas Top-Clubs gejagt wird. Das ist für mich der beste Ajax-Spieler, oder nennet das der beste, der wichtigste Ajax-Spieler. Weil der einfach so im Zentrum alles zusammenhält quasi, ja. Der macht alles. Der ist torgefährlich, der verteidigt, der macht alles. Der ist überall auf dem Platz. Wenn du dir mal ein Ajax-Spiel anschaust, du glaubst nicht, wo der überall auftaucht. Und du denkst dir, im Tor, was? Was macht der da schon wieder? Vielleicht liegt es daran, dass er Stellungsspiel 7 hat, Matthias. Er weiß einfach nicht, wohin muss. Kann seine Position nicht halten. Na, sensationell. Unglaubliche Werte. 22 Jahre alt. Ich würde ihm so gönnen, dass er irgendwie zu Real geht oder so. Wieso gönnest du ihm den Wechsel zu Real? Magst du Real? Zu einem Top-Club, ist ja wurscht. Ja, okay, passt. Ich habe jetzt nur Real genommen, weil die damals, oder in der Transferphase, sehr heißer Kandidat waren. Genau, ja, genau. Es wird jetzt interessant, da jetzt ja feststeht, dass Zierich ja nach England geht. Genau. Wie die restliche Mannschaft sich verhält, meinst du? Genau. Und ich gehe eigentlich davon aus, dass Van de Beek auch geht. Also ist jetzt wieder so ein Umbruch ja in Amsterdam. Könnte werden zumindest, ja. Aber ich bin absoluter Fan von ihm. Ich würde mir ja gerne mal, ich habe ja schon einige Ajax-Trikots, und ich würde mir gerne mal einen Namen drauflocken lassen. Er wäre ein Kandidat, aber leider wechseln die ja alle. Ja, das ist halt schwierig. Das ist dann immer blöd. Wen magst du sonst noch so durchschauen? Ich meine, wir haben jetzt nicht ganz so viel Zeit, um vielleicht alle durchzuschauen. Nabi Keita ist auf der Liste, da braucht man, glaube ich, nicht viel sagen. Genau, wer ist noch auf der Liste? Benjamin Henrichs ist auf der Liste, da brauchen wir uns auch nicht unbedingt anschauen. Andi Lovic, den müssen wir kurz anschauen. Da kann ich vielleicht ein bisschen was dazu sagen. Galt als Megatalent nicht nur in Graz, sondern generell in ganz Österreich. Deswegen ist es auch, ist es jetzt, glaube ich, fast der einzige Österreicher mit Konrad Leimer, glaube ich, der in dieser Liste überhaupt drin ist. Und hat sich bei Sturm auch extrem gut dann entwickelt. Also wir können kurz mal reinschauen. Er hat sehr früh für Sturm deputiert. Das war 2014, 2015. Hat auch alle, also die Akademiemannschaft, einige Jugendmannschaften durchlebt. Auch die zweite Mannschaft, da hat er so gependelt in der Phase. Und er hat sich dann wirklich zu einem Stammspieler bei Sturm entwickelt. Und bei Sturm war es halt auch so, weiß nicht, ob du das mitkriegt hast, aber es war halt so, dass diese Kritik aufgekommen ist, dass Sturm sich zu spät um Spieler, was die Vertragsverlängerung angeht, gekümmert hat. Weil, wie wir wissen, als FM-Zocker natürlich ab 1. Januar kannst du Verträge abgeben, also Vertragsangebote, ohne dass der Verein was dagegen sagen kann für Spieler. Und Sturm war da immer so, dass die viele Spieler dann ablösefrei ziehen haben lassen, wo die Spieler dann im Nachhinein in Interviews gesagt haben, sie hätten eigentlich eh Interesse gehabt, bestimmt zu bleiben. Aber es kam einfach vom Verein zu wenig. Und er ist so ein Kandidat. Und irgendwie interessant, dass der von einem Top-Klub in Österreich zum FC Lugano in die Schweiz gewechselt ist, als in eigentlich einem sehr guten, nach wie vor sehr guten Talentealter. Ich weiß nicht, kennst du Lugano genauer? Nee, Lugano kenne ich nicht genauer. Ich weiß, dass ich damals Sandi Lovic zu Milan geholt habe. Stimmt, genau, stimmt. Ja, da sieht man eigentlich, was der für ein Potenzial gehabt hätte, bei Matthias, bei Milan spielen. Ja, und ich habe ihn auch spielen lassen. Stimmt, ja, stimmt. Irgendwie ist das... Ja, die Werte, wenn man ihn jetzt anschaut, sind leider technisch, naja. Ja, ja, absolut, absolut. Ja, er kann schon defensiv spielen. Ja, ich glaube, er macht sich das Mentale... Ja. Ich würde ihn halt jetzt nicht mehr zu Milan holen. Nee, momentan vielleicht schon. Nein. Ja, gut. Aber ich finde es irgendwie so pervers, wenn ich im Nachhinein drüber nachdenke, dass der auf einer Liste mit Saul oder Dele Alli war. Ja. Also Dele Alli haben wir da jetzt dann gerade, der steht sogar unter Sandi Lovic in dieser Liste. Wenn man die Werte... Sollen wir die Werte... Achtung, ich gehe nochmal zurück. Und nochmal vor. Ja, Dele Alli, viel reden müssen wir, glaube ich, nicht über ihn. Absolute Weltklasse, 23 Jahre, auch das vergisst man schnell mal, finde ich, weil der schon lange auf dem Top-Niveau in England ist. Bin gespannt, wann der zu einem Verein wechselt, der auch wirklich um Titel mitspielt. Bei Tottenham ist das immer so Alibi mitspielen, kommt mir vor. Was sagst du? Er ist absolut der Top-Star. Ja. Also wenn er und Kane gehen, dann wird es mit Tottenham, glaube ich, auch interessant, sagen wir mal so. Mhm. Nathaniel Chaloba haben wir noch, eins der Talente von Chelsea. Weiß nicht, wen wir noch herzeigen sollen. Genau, Chaloba ist inzwischen auch bei Watford, glaube ich. Genau, ja. Ansonsten, wir stehen noch auf der Liste, ein Gürkan Güll, habe ich gesehen, der damals bei Bochum war. 16 Jahre damals, ja. 16 Jahre, der ist inzwischen bei Düsseldorf. Den können wir vielleicht mal herzeigen. Ja. Wenn ich ihn schreiben kann. Da haben wir ihn. Nee. Wen Wiesbaden. Wiesbaden. Der ist wirklich von Düsseldorf an Wiesbaden verliehen, hast du das gewusst? Ach so, nee, das wusste ich gar nicht. Okay. Aber, ähm, passt eigentlich zu dem, was ich sagen will. Dann fang an. Der galt als Riesentalent bei Bochum. Ja. Damals, glaube ich, hat er aber eher Innenverteidiger gespielt. Ja. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Na doch, ist so. Also, ich kann mich, ich bin ja, glaube ich, ich weiß gar nicht, warum ich damals zur Fortuna Düsseldorf gegangen bin. Ich glaube, habe ich irgendwo dann Vertrag auslaufen ablassen oder so. Bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, da habe ich den noch als Abwehrchef, glaube ich, in der Anfangszeit gehabt, ja. Als junger Abwehrchef. Also, dem hat man echt viel zugetraut. Mhm. Und dann ist er nach Düsseldorf gewechselt. Wie du das schon sagst. Naja, komisch nur, weil Düsseldorf damals ja auch noch Zweitligist war. Stimmt. Vom Standing her. Kein großer Sprung. Ich meine jetzt, ja, vielleicht ein bisschen mehr Potenzial als Bochum im Moment, aber. Ja, genau, vielleicht ein bisschen mehr Potenzial als Bochum zu dem Zeitpunkt, aber. Also, innerhalb der zweiten Liga zu wechseln, war ein bisschen komisch, finde ich. Absolut, ja. Vor allem, weil sich anscheinend, oder dass sich halt da kein Bundesligist extrem und ihm gemüht hat. Ja. Und dann bei Düsseldorf aber vor allem irgendwie in der zweiten Mannschaft versauert. Ja, schon. Schon spannend. Ja, wir sehen da Regionalliga West. Dann Laie zu WN Wiesbaden. Dritte Liga mit ihnen aufgestiegen und deswegen noch ein Jahr verliehen. Der ist schon zwei Jahre dort. Haben wir auch nicht mitbekommen. Oder eineinhalb, kann man sagen, weil da war er in beiden anscheinend. Ich meine, seine Werte sind gut. Der ist erst 20. Und Düsseldorf ist inzwischen ja Bundesligaist. Ja, also wenn die ihn quasi, sagen wir so, wenn der gut liefert bei WN Wiesbaden in der zweiten Liga und dann schon langsam an die erste Mannschaft herangebracht wird. Ja, und ich meine, seine Werte sind ausbaufähig. Da sind viele zweistellige Werte dabei. Zielstrebigkeit ist super. Wenig Schwachstellen. Ja. Da kann noch was draus werden. Mich hat nur damals dieser Wechsel von Bochum zu Düsseldorf ein bisschen gewundert. Vielleicht gibt es da auch eine Geschichte darin, die ich nicht kenne. Ja. Gut möglich. Vielleicht kann uns da jemand aufklären. Einen möchte ich auf jeden Fall noch herzeigen. Ich weiß nicht, ob du noch jemanden hast. Das ist Philippe Soares, den wir zum HSV geholt haben. Und der sich dort eigentlich sehr, sehr gut entwickelt hat. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie ich den damals bekommen habe. Schauen wir mal kurz auf seine Chronik. Der ging von Benfica zu Estoril und zu Morerense. Das heißt, nicht mal geliehen, sondern der ist zweimal fix ablösefrei gewechselt. Auch das finde ich spannend. Estoril, 31 Einsätze. Das heißt, der war eigentlich sogar ziemlich Stammspieler und verließ den Verein dann wieder ablösefrei. Ja, jetzt ist er 20. Aber überhin ist er jetzt wieder in der ersten Liga. Ja, und was man so sieht, also von den Werten her ist er auf jeden Fall ein ganz guter. Die Frage ist, wie viel Potenzial in dem jetzt noch steckt. Ich hätte ehrlich gesagt, das ist ein guter Transfer-Tipp. Bei dem Preis meinst du? Bei dem Preis, bei dem Verein, wo er spielt. So toll kann er nicht sein. Das stimmt sicher, ja. Wahrscheinlich hat er eine Ausstiegsklasse von 100 Millionen. Keine. Kann man durchaus so sehen, ja. Also ich würde jetzt dann auch sagen, ich würde mir gut vorstellen, bei einem größeren Klub in einer kleineren Liga vielleicht. Genau. So was in der Art, also dass der dann zum Beispiel Belgien, Anderlecht, so was in der Richtung vom Gefühl her. Könnte ich mir gut vorstellen, ja. Und interessant. Hast du noch einen oder sind wir so weit beim Ende? Ich hätte noch relativ weit unten auf der Liste, aber auf der Liste steht ein Askasi-Bar. Damals bei Estudiantes, dann ist er inzwischen härter. Askasi-Bar, ja. Also den kenne ich noch aus der Stuttgart-Zeit. Tackling-Wert von 18, das ist ja Weltklasse, der Tackling-Wert. Auch die Aggressivität, Ausdauer, also den als Ballerobernder, dafür ist er prädestiniert, oder? Schnelligkeit 11, naja, aber sonst? Das ist so ein Spieler, den ich im FM immer holen würde. Ja? Also bei fast jedem Verein würde ich mir den holen. Nicht bei deinem FC Südtirol, aber sonst? Nein, da nicht, da kann ich mir einen leisten, aber wenn ich mir den leisten kann, dann würde ich den holen. In Realität bin ich gar kein großer Fan von ihm. Ach so? Ich finde, es ist so ein Spieler, der fliegt mit Geldbrot vom Platz und dann füllt er alle zwei Wochen. Ja? Passt du mit? Ja, es ist halt so ein... Er ist ein Kämpfer. Ja? So ein Kampfknübs. Der südamerikanische Van Bommel? Ja, Van Bommel ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber die Werte sind echt toll. Ja, und vor allem, ich denke mir auch, weil du gesagt hast, den kannst du wirklich zu jedem Klub holen, oder? Wenn du den zu einem Top-Klub holst als Backup, als defensiver zentraler Mittelfeldspieler, hast du mit dem wahrscheinlich eine Riesenfreude. Es ist auch einer, der in fast jedem Self von mir bei irgendeinem Top-Klub landet. Mhm, kann ich mir vorstellen, ne? Also, wie du schon sagst, Tackling 18, auch Mut 18, das ist ja auch Wahnsinn. Ja? Einsatzfreude 16, Aggressivität 17, das ist... Deswegen fliegt er. Ja. Ja. So ist es. Ja, dann sind wir soweit fertig, oder hast du noch einen? Ich glaube, wir sind durch. Perfekt. Dann, ja, sind wir soweit mit den zentralen Mittelfeldspielern auch fertig. Das heißt, wir haben jetzt noch die Flügelspieler, das offensive Mittelfeld und die Stürmer. Und ja, danke an dich, Matthias. War wieder mal ein Vergnügen mit dir. Gerne. Und danke auch an euch fürs Einschalten. Schönen Sonntag noch. Bis bald. Ciao. Bis bald. Untertitelung des ZDF, 2020